Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diary Wolf 20. Ja und ich habe das Pack geupdatet, kam eigentlich schon gestern raus. Gestern wollte ich es aber noch nicht updaten und habe dann heute auch gleich nicht zu der 1.04er geupdatet, sondern zu der Version 1.1.1, die schon im Test drin ist. Und ich dachte mir, ja wenn wir schon updaten, dann daten wir doch einfach mal gleich richtig ab. Und haben eine ganze ganze Menge, ja, upgedateter Mods eigentlich. Was sich eigentlich viel getan hat, ist in Richtung Applied Energistics wurde geupdatet, Buildcraft wurde geupdatet, Big Reactors gab es ein paar Updates, da bin ich aber nicht so sicher, ob es das so normale Updates war. Ender.io gab es Updates, Ender Zoo gab es Updates, Extra Utilities gab es Updates, also jeden Mod gab es fast überall Updates. Und das Schöne ist auch, wo haben wir es, Botania, gab es auch ein Update. Also wenn ihr das jetzt ausspielt, habt ihr auch die aktuellste, fast aktuellste Version von Botania jetzt drauf. Auch sehr, sehr cool. Ein paar neue Pflanzen glaube ich hinzugekommen oder ein paar neue Items glaube ich auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube wohl, ein paar Items gab es glaube ich auch. Also ihr seht es, also hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein paar interessante Sachen, die man sich bestimmt hier noch angucken kann. Besonders hier auch, ähm, ja so Transmog-Sachen, sag ich mal, ähm, die man hier auf diesen Slot ändern kann. Ja, normalerweise sieht man ja hier, äh, kann man das Amulett sehen und statt des Amulettes kann man sich sozusagen so ein paar andere Sachen drauf machen, die man dann eventuell dann als Helm oder als, ähm, als Amulett sozusagen hier vorne dann trägt. Bestimmt auch sehr, sehr lustige Sachen mit dabei. Also wie gesagt, ähm, wer updaten will, kann das Ganze machen. Regulär 1.04. Gibt es auch schon eine ganze Menge Updates, aber wie gesagt, ich bin gerade aktuell zur 1, ähm, 1.1 gegangen. Und hier seht ihr auch, das Buch wurde auch geändert. Also hier jetzt auch ein schönes Botania-Buch. Auch hier mit jetzt noch einem Unterpunkt der Ender-Sachen, die es in Botania gibt. Wurde jetzt als Extrapunkt angelegt. Und ja, und das Schöne ist auch, was ich, was ich alles so toll finde. Ne, es gibt so viele Sachen, die ich so geil finde, die gerade so drin sind. Äh, hier sind jetzt die Pflanzen auch mit Bildern und so ein kleiner, schöner Effekt, wenn man drüber geht, was man gerade anvisiert hat. Ach, ich liebe es. Besonders hier so die Items, wenn man die Ringe abgeht. Man weiß die meisten aus dem Handy. Ah ja, so, ah ja, so sah es aus. Aber die Namen sind ja nicht immer gerade so, so, ja, so schön, dass man sie aussprechen kann. Ähm, wobei hier ja ist ja alles relativ einfach. Aber, ähm, teilweise haben sie doch schon sehr, sehr verwirrende, verwirrende Namen mit. drin. Und mit diesen schönen Bildern kann man es doch relativ zügig finden, wenn man irgendwas dann auch mal sucht. Und, äh, das ist eine gute Idee. Ja, was gab es sonst in der Zwischenzeit? Ich, ähm, war dann auch noch ein wenig meinend und hab mir gedacht, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen Mining wäre gar nicht so schlecht. Und bin dann in die Minen gegangen und hab wirklich einiges gefunden. Kann man eigentlich hier an den Barren sehen. Ich hab eine ganze Menge Copper auch gefunden und Zinn sehe ich gerade. Ähm, Eisen ist auch wieder ein bisschen drin, wobei ich schon etliches an Eisen wieder verbraucht habe. Ähm, etwas Redstone hab ich auf jeden Fall gefunden. Und Lapis hab ich eine ganze Menge gefunden. Und, ähm, apropos Lapis, da können wir mal ganz kurz ein paar Blöcke mal noch von mitnehmen und die mal endlich fertig machen. Ähm, ich hab das Ding hier, die Tool Forge, sowieso hier hingestellt. Denn auch Dingas Construct gab ein Update. Bloß das Problem ist, es ist noch nicht ganz, äh, ganz geupdatet hier. Es gibt jetzt Longbows, es gibt jetzt Crossbows, es gibt jetzt, ähm, ich glaube es sind Ninja-Sterne oder so. Bin mir gar nicht sicher. Äh, äh, Throwing Knife. Also hier gibt's einiges. Ähm, Javelin, okay. Lustig, lustig, lustig. Also wie gesagt, es gibt noch jetzt andere, ähm, Fernkampfwaffen über Tinkas Construct. Ähm, sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, ich hab die Texturen, beziehungsweise die Texturen wurden noch nicht geupdatet. Ich hab schon geguckt, aber leider noch nichts gefunden. Muss ich mich nachher nochmal ransetzen, aber da gibt's auf jeden Fall auch noch so sehr, sehr lustiges Zeug. Könnt ihr euch auch mal angucken, wer gerade daran Interesse hat. Ähm, wir wollen aber nur unseren Hammer mal ganz kurz noch ein bisschen, bisschen mehr, mehr Lack hier geben. Damit der endlich mal fertig wird. So, äh, 148 ist er schon. Äh, 148. Ein Augenblick. Okay. Das müsste doch dann noch weitergehen eigentlich. Das müsste doch eigentlich kein Problem mehr sein, weitere, weiteres Larpis da drauf zu kriegen. Ein Augenblick. Ich nehme mal neun Einzelne. Vielleicht geht das ja besser. Okay. 150, 450. Ach, es gibt das 450. Warum hab ich denn gerade da 500 gesehen? Hatten wir da gerade nicht 500 gesehen? Ich seh schon Gespenster, glaub ich. So, 450 von 450. Das heißt, wir haben jetzt auch Looting 3 drauf. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal wieder unterwegs minen geh, dann brauch ich keine Angst haben, dass ich nicht genügend von allem bekomme. Das wollte ich nochmal erstmal erledigen. Und, ähm, ja, dann kann ich zur nächsten Erneuerung kommen. Ja, ich hab so viel, so viel geschafft zwischenzeitlich. Ähm, nach dem Mining bin ich dann losgelaufen und, äh, beziehungsweise bin ich angefangen und habe hier ein Loch gegraben. Äh, ein Loch gegraben in die Mauer? Nein. Hab hier einen kleinen Nebenraum gebaut. Denn das ist unser neuer kleiner Cube. Ich weiß, er ist größer geworden, als ich eigentlich gesagt habe, ne? Ja, das liegt einfach daran, ich hab so viel Eisen gefunden und da dachte ich mir, tja, dann bauen wir doch einen kleinen Reaktor. Einen ganz kleinen Reaktor bloß. Und, ähm, ich merke aber gerade, ich hab was vergessen, glaub ich, zu bauen. Denn hier sind die letzten Teile, die ich eigentlich mit euch installieren wollte. Ähm, aber wir haben das Rednet-Zeug noch gar nicht fertig, ne? Ach, macht nix. Egal, wir bauen den Big Reaktor einfach mal auf und dann können wir ihn schon mal hinstellen. Und, äh, wir müssen ihn ja nicht anschließen. Also, der Controller kommt natürlich vorne hin, denn man möchte das Ganze ja von vorne bedienen, wenn man hier so reinkommt. Ähm, dann als nächstes haben wir den Rednet-Pod, den brauche ich jetzt gerade nicht. Sondern, ich mach mir auch mal hier hinten noch einen Eingang, ganz kurz. Schlag noch ein bisschen Glas hier weg. Denn wir brauchen auch die Fuel Rods. Ich mach, man kann theoretisch, kann man das Ganze so bauen. Also, ne? Also so mit den Rods, das hatten wir, glaub ich, schon vorher. Ich werde die Mitte aber weglassen. Hat den Faktor, ähm, hat den Faktor, hat eigentlich keinen Faktor, weil sie trotzdem von allen Seiten eigentlich befüllt werden können. Wisst ihr was? Ich mach doch fünf, was? Gibt's noch mehr Strom? Egal, muss ich gleich noch ein paar Fuel Rods nachbauen. Ist aber nicht so ein Problem, glaub ich. Das sind ja bloß drei Stück und die müsste ich eigentlich noch hinkriegen. Die drei kriegen wir noch hin. Kein Thema, kein Thema, kein Thema. Die bauen wir noch eben schnell, die Fuel Rods. Wir haben ja noch einiges hier an Zeug. Ähm, gehen wir ganz kurz hier den Big Reaktor ein. Gucken wir mal ganz kurz. Fuel Rods, drei Stück brauche ich davon. Eins, zwei und drei. Und dann sind wir schon ready to go, ready to go. So, okay, kein Problem. Nachgebaut. Ich dachte gerade, dass die nicht die Seiten kriegen, aber die kriegen ja auch die Seiten. Das ist ja alles kein Problem. Alles kein Problem. So, zack, zack, können wir auch mit der Death Null, können wir hier auch Steine setzen. Kein Problem. Nehmen wir das doch einfach mal. Und dann, ach, ich hätte ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich weiß, was ich vergessen habe. Obwohl, Control Rods habe ich, ja, doch vier Stück gebaut. Ja, richtig, korrekt. Vier wollte ich ja. Fehlt mir eine jetzt auch noch von, ne? Da fehlt noch eine fünfte Control Rod. Wobei, warum haben wir ja nicht den Stone genommen und nicht den Cobblestone? Ich kann doch besser den hier nehmen zum Bauen. So, egal. Ich muss noch eine Control Rod bauen. Jetzt dachte ich, ich habe mal wieder alles vorbereitet, ne? Und dann, dann, dann sowas. Dann ist mal wieder sowas los. Also, noch einen von denen hier. Und ich habe schon keine Reaktor Casings mehr. Kein Problem. Schmeißen wir da rein. Und dann eine Control Rod bitte noch. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt haben wir es, glaube ich. Wäre auch mal so langsam Zeit. Theoretisch kann ich eigentlich auch von oben. Ich habe genügend Platz gelassen. So, ich wollte ihn eigentlich höher bauen. Da habe ich mir gedacht, ich kann ihn ja auch eigentlich in die Breite bauen und mehr Fuel Rods reinstellen. Dann habe ich ja im Prinzip dasselbe. Beziehungsweise vielleicht sogar noch den effektiveren Cube. Wisst ihr, was mir noch fehlt? Ich laufe heute echt ständig von A nach B, von A nach B und von noch C nach D irgendwie. Denn ich vergesse immer ständig Sachen, die ich noch gebrauchen kann. Beziehungsweise die wir da noch reinfüllen wollen. Natürlich brauchen wir ja Wasser. Wasser. Das Ding muss ja gekühlt sein, der Big Reaktor. Und was nicht nehmen denn Wasser, wenn man noch nicht so viel hat? Wasser eine gute Quelle. Ganz einfach. Nutzen, nutzen, nutzen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, dass ich mir, dass ich mir hier einen Aufgang baue irgendwie. Einen Augenblick. Dann machen wir das doch mal so glatt. So, dann haben wir da unsere kleine Treppe. Und, äh, eine Axt habe ich gerade glaube ich nicht mehr. Habe ich aufgebraucht. Habe aber auch keine neue gebaut. Ich weiß auch nicht warum. Macht aber ja auch überhaupt nichts. Wir kippen einfach hier das Wasser hin und dann haben wir eigentlich genügend. So, und dann mache ich das auch mal so, dass wir hier die drei Dinger dann so haben. Schwupps und schwupps. Und dann füllen wir die wieder auf. Und kommen hier relativ easy hin. Und können dann das Wasser hier hoffentlich, ach, hier war noch ein dritten, hier dann hingießen. Da war falsch. Da hin. So, und dann wieder alles einmal auffüllen. Ja, das ist natürlich jetzt hier ein Heidenspaß. Weil wir auch noch vergessen haben, dass wir hier Löcher mittendrin haben. Ach, ja, C-Tag. Wir wissen's, wir wissen's. Wir machen heute alles falsch. Nein, machen wir nicht. Also, passt auf. Ähm, wie geht's hier weiter? Hier brauchen wir Import, Export und Strom. Also, Strom in die Mitte. Ne, das war ja gar nicht der Power-Tab. Das ist ja der Rednet-Port. Klappt heute überhaupt nochmal irgendwas? Ich weiß es nicht. Also, der Rednet-Port, wieder bitte weg. Den Power-Tab. Den brauchte ich. Und dann machen wir hier einen Im- und Export. Und der Power-Tab baut sich da natürlich auch sofort wieder hin, weil er meint, er muss das so machen. Nein. Ähm, mit einer leeren Hand. Und dann als Output setzen. So, jetzt ist das hier ein Output und das ist ein Input. Das heißt, da können wir das Hilarium reintun und hier können wir das Plutonium wieder rausholen. Wunderbar. Und hier hinten kommt der Rednet-Port dran. Jetzt hab ich's aber. Jetzt hab ich's aber. Jetzt kann ich das Ding auch auffüllen. Und brauchen wir keine Sorgen machen. So. Theoretisch, wenn ich's jetzt hier oben schaffe, ein Dings hinzubauen, eine unendliche Wasserquelle, dann brauche ich nicht mehr nach unten laufen. Korrekt? Ah, oder doch. Ich glaube, ich krieg's nicht so schnell hin. Krieg ich's nicht so schnell hin da oben. Egal, wir können das ja hier eigentlich alles relativ easy erstmal auffüllen. Und dann machen wir das gleich. Ich mag's nämlich nicht, wenn das Wasser so fließt. Also so, so, ähm, so wie's jetzt im Prinzip hier ist. So. Dass alles in Bewegung ist. Ich hab sowieso gerade, glaub ich, das Problem, ich hab's an der zu hohen Stelle angefangen, ne? Wir hätten das alles einen tiefer machen müssen. Äh, natürlich. Natürlich, natürlich Citec. Da kommt ja noch das Glas hin. Da kommt das Glas hin. So, das muss es alles nochmal einmal hier, hier natürlich aufsammeln. So, und dahin. Das kommt dann auch dahin. Und der geht auch einen tiefer. Äh, da haben wir noch was. Dann geht das dahin. So, jetzt haben wir alles einen tiefer. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Und dann stellen wir hier unseren schönen, schönen Big Reaktor hin. Normalerweise geht's auch mit fließendem Wasser. Also ihr müsst eigentlich, im Prinzip würde das hier, glaub ich, schon funktionieren. Aber ich würd's ganz gerne, ah, vielleicht mach ich das auch offscreen. Dass das Ganze hier alles so ein bisschen, bisschen schön aussieht. So ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen eigentlich. Na, ich glaub ich mach das doch offscreen. Das könnte ein bisschen dauern. Bis ich das alles, alle Stellen hier sozusagen fertig hab. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wie das Ganze aussieht. Man springt da noch einmal ganz kurz rein, weil man fühlt sich natürlich ein bisschen dreckig. Und man muss ja noch ein bisschen gewaschen werden. Ach, Mann, 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 ich baue mich, glaub ich, hier raus. So, eins, zwei, war ja natürlich klar. Und dann einmal ganz kurz da wieder schließen, damit da natürlich kein Wasser wieder rauskommt. Wunderbar, wunderbar. Oben nochmal einmal alles abschließen. Und dann müsste der Multi-Block, die Multi-Block-Struktur sozusagen fassen. Ich hoffe es zumindestens. Und dann müsste der Big Reactor stehen. Tada, er steht. Warum hab ich denn jetzt so viel Glas noch? Ich hab zu viel Glas gebaut, ne? Kann das sein, dass ich die, die hier mitgerechnet hatte? Eins, zwei, drei, vier, fünf sind das aber auch nur. Naja, fünf und der eine, der oben drauf sitzt, den ich auch noch eingeplant hat, sechs. Ja, scheinbar hab ich die Löcher auch mitgezählt. Naja, macht ja nix. Haben wir halt sechs davon über. Falls wir ihn nochmal vergrößern wollen, könnten wir das natürlich machen. Aber unser Big Reactor steht. Und die Block-Structure hat sich sozusagen hier auch verwandelt, wie man sieht. Das Ganze ist zu einem Multi-Block geworden. Er ist auf Offline. Und, ähm, ja, was wir jetzt einfach nur machen müssen, ist folgendes. Uns Yelerium besorgen. Und das Ganze dann einmal in den Ofen schmeißen. Ich glaube, ich hab noch ein paar. Ein paar dürfte ich, glaube ich, noch haben. Sechs haben wir noch. Das ist ein bisschen wenig. Durchaus wenig. Könnte aber sein, dass hier noch... Ah ja, da liegen auch noch welche drin. Wunderbar. Dann nehmen wir die doch noch. Und die sechs, die wir, beziehungsweise sieben, die wir hier noch hatten, haben wir 27 Stück. Da können wir die Fuel-Rods doch schon mal ein bisschen wenigstens mit bepowern. Äh, natürlich hier trotzdem in den Import-Bus alle reinstecken. Wups. Und schon ist das Ganze hier gefüllt. Zu 45%. Ich kann mal ganz kurz O drücken, damit das Any-Ei weg ist. 45% haben wir es geschafft für fünf Fuel-Rods. Und wenn ich ganz kurz Activate gebe, dann wird der gute, gute Furnace, äh, Furnace, sei schon, Reaktor einmal ganz kurz angeschmissen. Und wir können mal gucken, wie weit wir hochkommen, mit man gerade 45%. Ja, doch. Auf 1,8 kommen wir schon. Also es sind 1.823. Das ist schon... Also RF pro Tick, das ist schon... Schon eine ganze Menge. Oder 1,83 Kilo RF pro Tick. Das ist schon perfekt. Das ist schon sehr, sehr gut. Meines Erachtens. Nein, wir verbrauchen 0,47 Millibuckets pro Tick. 1000 Buckets ist sozusagen ein Barren. Da kann man sich also ausrechnen, wie lange wir da sozusagen dann, ähm, mit Haushalten können, mit dem Fuel hier. Geht eigentlich relativ zügig, ne. Also, naja. Das passt eigentlich schon ganz gut. Wir können den Ganzen wieder auch deaktivieren. Das heißt, das fährt dann wieder runter. Wir verbrauchen auch keinen Fuel natürlich. Haben aber schon eine ganze Menge hier erzeugt. Während es runterfährt. Verbraucht sozusagen noch den Rest, der noch gerade so an Hitze drin ist. Und, äh... Ja, das waren mal ganz kurz eben... Sind das schon 2 Millionen? Aber ganz kurz, bis es anhält. Sonst kann man die Zahlen so schlecht beurteilen. Das sind 3 Stellen, 3 Stellen, ja, 2 Millionen ungefähr. 2 Millionen 95.000 RF in so einer kurzen Zeit. Das ist schon, schon nicht schlecht, würde ich behaupten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da kann man auf jeden Fall mit leben. Und ich denke, unser, ähm, E-System, äh, wird das Ding hier wohl nicht sprengen. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Also, sprengen in dem Sinne, dass es, ähm, mehr RF verbraucht, als das Ding hier erzeugen wird. Ansonsten werden wir natürlich noch into Turbine gehen. Das heißt also, die Turbinen, die könnte ich mir vorstellen, hier noch weiter rechts zu bauen dann. Brauchen wir diesen Chamber, glaube ich, auch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine normalerweise auch. Und, äh, dann kann man das Ganze mit, äh, Steam sozusagen, also mit Luftdruck, ähm, dann diese Turbine antreiben. Und dann erzeugt diese Turbine dann halt, ähm, ja, den ganzen Strom. Ha, der Big Reactor läuft. Ich, äh, brauche jetzt also im Prinzip nur noch, ähm, den RedNet Controller. Muss ich sowieso nochmal nachgucken, wie ich das Ganze damals gemacht hatte. Bin ich mir gerade gar nicht mal so sicher mehr. Ein Augenblick, ich kann mal ganz kurz gucken. Äh, äh, Gott, ich weiß es kaum gar nicht mehr. Es gab auf jeden Fall, ach ja, genau, so sah es aus. Ähm, einmal nochmal O, damit ich ein bisschen mehr sehe. Äh, Input, Input und Output. Energy Amount ist dann, glaube ich, der Output. Und der Input ist dann, oder war es andersrum? Nee. Input ist der, der, äh, genau. Output ist der Energy Amount. Das heißt also, dass die, der, die, die, die Prozent von dem Dings wird wieder ausgegeben. Und wir mussten, glaube ich, das hier, ne? Äh, All. Ja, All. Genau, das alle gleichzeitig. Das ist die, der Fuel Regler. Also im Prinzip, wie viel, ähm, wie viel verwendet werden soll. Und dann schalten wir die Prozente sozusagen genau wieder auf die Prozente. Und dann regelt sich das Ganze sozusagen automatisch wieder runter. Beziehungsweise in einem bestimmten Stand so viel BRF, wie viel Gradverbrauchung. Ah, ja, genau. Das kann ich schon mal committen. Und dann fehlt mir im Prinzip nur noch der Rednet Port, äh, beziehungsweise der Rednet Block. Und wir haben ja jetzt auch wieder Redstone und Eisen. Das heißt, theoretisch könnte ich das Ding eigentlich auch mal bauen. Ähm, Red, ah, Rednet geht, glaube ich nicht, ne? Oder? Ah, doch, Rednet geht. Okay, wunderbar. Ähm, dann brauchen wir jetzt erstmal so ein Housing. Kein Problem. Und dann brauchen wir so einen Controller. Ist auch kein Problem. Und dann haben wir noch Kabel, haben wir auch noch. Dann nehmen wir die auch mit. Die werden wir definitiv gebrauchen, weil das muss ja ein Rednet Anschluss sein. Dann nimmt man natürlich auch das Rednet Kabel. Mal gucken, ob ich das nochmal so wieder hinkriege. Mal gucken. So, ähm, also das Ding hier hin und das Ding da hin. Und dann das hier. So, jetzt ist die Frage. Was, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Ähm, Maximum. Äh, lass mich nochmal ganz kurz überlegen. Wie war denn das überhaupt gerechnet? Ich glaube, es war ein Maximum. Du, 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 du. Könnte sein. War ein Maximum. So, was haben wir denn hier? Wir haben, ähm, Input, Output, genau, auf dem Channel Weiß. Äh, lass ich mal ganz kurz gucken. Nee, auf dem Channel Schwarz. Da kriegen wir das, was wir haben wollen. So, und dann haben wir die Konstante 1. Äh, das Maximum wäre das ja. Wenn wir das Minimum nehmen, das würde, glaube ich, besser sein. Das heißt, wenn wir bei 100% sind, kriegt der hier auch eine 100% beziehungsweise das Minimale, das, was es hat, wartet. Und die Fuel Rods, jetzt muss ich mir noch ganz kurz mal angucken, wie die Fuel Rods aufgebaut waren. Waren sie bei 100% das wenigste produzierten oder bei 100% das Maximum? Nee, 0% ist also das Maximum. Das heißt, mit voller Leistung. Und, ähm, lasst mich nochmal schauen. Ähm, und, genau, 100% ist also dann die Dings. Und hier kommt dann sozusagen die Anzahl von, ähm, beziehungsweise das Amount von dem in Prozent an. Das heißt, also, wenn wir jetzt zum Beispiel 10% drin haben in dem ganzen Container, das heißt also 10%, ähm, beziehungsweise 21% haben wir jetzt gefüllt vom Reaktor in seinem Storage. Das heißt, wir bekommen hier, sagen wir mal, 21% an als Wert. Das wäre also 0,21 als Wert. So, und, ähm, er soll das Minimum zwischen 1 und 0,2 bestimmen, zwischen diesen zwei Variablen. Eine ist eine Konstante, die ist also immer 1, und das andere sozusagen der Input von schwarz. So, das heißt, er nimmt immer 0,21. Das heißt, er nimmt immer, ähm, er nimmt immer sozusagen die Prozentsahl von dem, von dem Maximum unseres Stromes. Stromes, wir können ja leider keinen, kein, nur Input, eine Variable nehmen. Oder? Geht das eigentlich auch? Ist egal, wir machen einfach Minimum. Ist ja kein Problem mit der Konstante. Das funktioniert ja hier wunderbar. So, und das Output geben wir einfach wieder auf Weiß. Ja, und dann müsste das doch eigentlich funktionieren. Das heißt also, wir geben die Prozentsahl einfach weiter. Das heißt, jetzt müssten oben die Fuel Rods, ähm, bei 21% stehen. Dann müssen wir wahrscheinlich das Ding noch einmal wieder anschalten. Ein Augenblick, ich gucke mal. Äh, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Minimum, Minimum, ja, müsste eigentlich funktionieren. Gucken, der läuft immer noch. Der regelt sich aber noch nicht runter. Okay. Kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was runter regeln. Da müsste jetzt hier die Hitze auf jeden Fall runter gehen. Das tut sie ja auch. Ein wenig jedenfalls. Es kommt aber noch nicht rüber geschrieben. Warum nicht? Äh. Ah, okay. Ja, 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 klar. Down, Left, Right. Ähm. Das hatte ich vergessen. Das hatte ich vergessen. Wir müssen ja noch die, 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 die Richtung bestimmen. Von wo kam die Variable? Das ist Down, Up. Up, Up, Black. Und, White, auch Up. Okay, okay, okay. Jetzt müsste das Ganze funktionieren. Und, äh, es zeigt mir immer noch 0% an. Mmh. Das ist doch Up. Das ist doch die, die Oberseite. Oder bin ich jetzt, bin ich jetzt blöd? Left, Right, Front, Back. Ah, okay. Halt, 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 halt. Jetzt habe ich das hier wieder umgestellt. Die Konstante. So, jetzt habe ich es aber. Da habe ich die Konstante nochmal wieder umgestellt. Beim Durchlaufen. So, jetzt müssten die Fuel Rots bei einem Prozent alle sein. Warum sind die jetzt alle bei einem Prozent? Eine 1 hat jetzt die Konstante. Ach, die Konstante ist 1. Das ist ja blöd. Muss ich die Konstante jetzt eigentlich auf 100 drehen? Dann machen wir mal, nee, dann machen wir es anders. Dann nehmen wir doch das Maximum. Das ist ja egal. Dann nehmen wir das Maximum. Und dann nehmen wir die Konstante 0. Das ist genau das Äquivalente, bloß umgedreht. 62. Nice, es funktioniert. Okay, haben wir es wieder gelöst. Ein wenig hin und her. Aber der Reaktor läuft und sollte sich automatisch abschalten, sobald er jetzt vollgelaufen ist. Und das heißt, ah ne, falsch rum, aufgebaut. Das heißt also, wir, obwohl, das hätte hier nochmal gebrauchen können, das Wasser, ne? Wenn ich es nachher nochmal voll machen will. Ach ja. Ist egal. Ich mache das nachher irgendwie schon voll. So. Außerdem kann es auch zur Not, kann es auch einfach erstmal so lassen. So, wie es jetzt gerade ist. Ja, ihr seht, es regelt sich langsam jetzt runter. Das heißt also, die Hitze geht runter, die AF geht runter und er füllt sich jetzt immer langsamer werden, bis nach oben hingehend sozusagen. Und, ähm, ja, irgendwann produziert er sozusagen gar keinen Strom mehr und schaltet sich dadurch dann einfach ab. Und wir verbrauchen einfach keine Fuel. Wenn wir also auch nichts brauchen, dann wird auch keine Fuel gebraucht. Sobald sozusagen AF gezogen wird, je mehr gezogen wird, je weiter geht sozusagen das hier wieder runter, die Prozente gehen dann da oben auch wieder weiter runter. Das heißt, er produziert wieder mehr AF und das schwankt sich dann sozusagen oder es pendelt sich dann sozusagen ein, in dem Bereich, wie viel AF man dann selber gebraucht. Also ein automatischer Regulierer. Ähm, und, äh, ja, das ist doch, denke ich mal, gar nicht mal so verkehrt, so etwas zu haben, oder? Was meint ihr? Ich denke, das ist eine ganz, das ist ein ganz guter Reaktor. Den können wir erstmal, äh, so ganz gut gebrauchen. Ich weiß, ich wollte das hier noch heute machen, habe ich aber leider nicht hingekriegt. Ähm, die coole Sache ist, ich glaube, ähm, und da muss ich mal ganz kurz nachgucken, ähm, ich hatte gelesen, dass dieser Mod, den ich selber drauf machen wollte, jetzt nämlich schon mit drin ist, von Steve's Factorization Manager. Ich muss mal ganz kurz gucken, ist der hier mit drin? Nee, Steve Karts kann der ja eigentlich auch nicht mit drin sein. Ähm, ich habe es auf jeden Fall gelesen, dass der scheinbar mit drin sein soll schon, weil ich wollte ihn überschreiben und da sagt er mir, wer schon drin ist. Das ist nur die Frage, ähm, ist nur die Frage, unter welchem Namen ist der jetzt hier drin? Das war aber auch irgendwas mit Steve. Aber haben wir Lust, zwei Steves hier drin. Steve Karts und Factorization Manager. Und unter Manager ist er nicht mit drin. Ähm, da muss ich noch mal kurz einmal hier schnell durchschauen. Ich will jetzt einmal gucken, ob ich es vielleicht finde. Ähm, da sehe ich es überall nicht. Computer Craft, Compact Solars. Nee, ich finde es hier im NEI, finde ich es jetzt gerade nicht, kann auch sein, dass es hier irgendwie nicht drin auftaucht. Normalerweise sollte es aber. Ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an. Und damit können wir, dann haben wir einen Block, dass wir auf jeden Fall, dass ich dieses Ding Maschine umschreiben kann, damit das Programm nicht nochmal schreiben muss. Und, ähm, das wäre schon mal sehr, sehr gut. Und dann werden wir das Ganze sozusagen hier um die Ecke alles bauen, dass wir alles vernünftig da drin haben. Und hier im Prinzip nur unsere Interfaces zum, äh, ja, zum Rein und Raus nehmen. Vielleicht ein Crafting Terminal und ein normales Terminal. Dieses Terminal könnte mir theoretisch auch dann, ähm, drüben eher gebrauchen, bei den ganzen, ja, Modular Assemblern oder so. Oder ich lasse ihn auch hier, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich hoffe, euch hat die Reaktor-Folge die letzte, dass wir jetzt erstmal Strom haben, erstmal soweit gefallen. Wie gesagt, das Ganze müssen wir jetzt noch hier Power tappen, das heißt, dass wir, ähm, den Strom hier rüber kriegen, in das zum ME-System. Beziehungsweise nachher auch den Anschluss für Autocrafts, äh, dass hier Larium nachproduziert wird, wenn nichts mehr drin ist. Ach ja, ach ja, wir werden so, kommen so langsam in den Technikbereich. Wir kriegen Rohstoffe, alles ist parat. Und in diesem Sinne, wisst ihr was? Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, erst einmal. Ciao, ciao!